John, John, nach welchen Ideen spielst du hier Fußball? Du kommst ins Training und du machst nur, was du willst. Es ist kein einziger Ball dabei für unser Spiel. Es ist nur dein eigenes Spiel. Hier noch ein Trick, da noch ein Trick und hier noch eine Idee. Und keine einzige klappt davon. Mir steht es hier oben, ehrlich. Jeder spielt den Ball tief, aber du hast eine bessere Idee. Ja, die klappt auch riesig. Hier könnt ihr hinterherlaufen.